Guten Morgen! Wenn man nach dem Aufstehen hat, hat man immer so eine rote Nase. So, ich habe mir nämlich gestern Abend, wo wir den Stream beendet haben, habe ich nämlich in einen anderen Stream reingeschaut und habe mir gedacht, ich gucke mal, ob ich die Hütten wieder abreißen kann. Beziehungsweise, ich würde gerne eine andere Hütte woanders hinbauen. Obwohl, so schlecht sieht es eigentlich hier gar nicht aus an der Stelle. Wenn man geht hier zu lang, und dann ist es halt hier so doof und Haus an Haus. So schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Ach komm, wir lassen es einfach. Weiter oben können wir ja immer noch anbauen. Gut, und selbst? Ja, habe ich. Und du? Mir geht es auch gut? Gut. Und ich habe auch gut geschlafen. So, wir brauchen aber zwingend eine Schaufel, damit ich die Holzstämme mal verworben. Ein Holz geht zum Gewinn. Oh, meine Güte. Ach, Frau Waldoi. Das ist bestimmt schon der Capsie, oder? Dankeschön. Anonymus für 50 Bits. Dankeschön. Was ist das denn jetzt? Keine Schaufel. Keine Schaufel. Keine Schaufel. Weiß nicht, wie ich die eine bekomme. Brauchst du mal Rundholz. Ich habe sie mir aber jetzt schon gekauft für 50 Gold, wo ich mein Gold verballert habe. Sag mal, ich habe da eine Frage. Im Intro war so ein Spiel mit Spinnen. Wie heißt das Spiel? Weißt du das noch zufällig? Ist da nice aus? Mit Spinnen? Ähm, das war, glaube ich, ähm, genauer Absulof. Genau. Bin jetzt nicht auf den Namen gekommen. Ist ein gutes Spiel. Kann ich empfehlen. So, aber wie kriege ich denn jetzt die Schaufel her? Schaufschema. Ah, gut. Gucken wir mal etwas. Brennholz. Hölzerne Hacke. Ich baue das mal. Vielleicht kann ich ja wieder hölzernen Hacke. Nein. Nein. Ach so, ich kann wahrscheinlich mit der Habe ein bisschen machen. Warte mal, warte mal. Ich dachte, ich könnte auch. Ja, das klappt nicht, sorry. Journal Wissen. Das klappt nicht, wie man die Spitztage nachfällt. Das ist hoff. Stockstein, Salz, Kalkstein, Eisen. Felder können mit einer maximalen Größe von 16x16 erstellt werden. Denn die individuellen Feldsteuer hängt von der Größe der einzelnen Felder ab. Um darauf etwas anbauen zu können, muss man zuerst mit einer Hacke pflügen, ja? Ja, 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 okay. Das ist mir schon klar. Aber es hat halt nicht funktioniert. Es hat halt jetzt gerade eben nicht funktioniert mit der Spitzhacke. Ja, ist mir irgendwas zu tun. Ist ja echt ein bisschen blöd. Aloha, guten Morgen, Chica. Na? Alles fit bei mir? So. Zack. Kochen. Alles tut die nur müde und so. Ich bin tatsächlich auch halt ein bisschen müde. Bisschen müde, aber ansonsten geht's mir gut. Und... Ja. Lade ich mir schon ein bisschen in dieses Spiel reinfuchsen. Bist du auf Arbeit? Hast du Frühschicht? Oder... Das ist so sinnlos. War das ja dein ganzes Essen wieder? Nee, hab spät. Ach so. Okay, Krieger, du hast nun zwei weitere Fufscha. Oh, der Hase. Ich schwipp's hier wieder vom Stuhl. Kann ich denn? Egal, pass mal, wir gehen jetzt erst mal ratzen. Und starten morgen frisch und gemunder in den Tag. Ist ja alles voll, ne? Guck mal, wir haben noch Trockenfleisch. Neue Klamotten. Nee, 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 Transfer. Boa, Benni. Aloha. Ausrüsten. Was ist mit dir eigentlich? Guten Morgen, Cetros. Wunderschön, guten Morgen, Cetros. Wie hast du geschlafen? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin, glaube ich, zu behämmert für dieses Spiel. Ich weiß auch nicht. So. Kann ich denn jetzt ein Feld erstellen? Hier. Macht ja... ...doktiv gar nichts, ne? Das ist halt einfach schon wieder so ein Lächerlöcher. Gar nicht laut oder so, nee. Dankeschön, Anonymous. Vielen, vielen lieben Dank. Alter, mein Herz, ey. Verdammtes kleines Herz. Alles tut die soweit und bei euch. Bei uns ist auch alles in Ordnung soweit. Ich bin mir so ein bisschen müde. Dann begreifen die so richtig dieses Game. Aber es wird schon. Will die Fackeln nicht mehr haben. So. Wie kriege ich denn jetzt so eine verkackte Schaufel hin? Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich ein bisschen lächerlich. Mensch, es ist aber mal gut hier. Alter, ey. Es ist doch wirklich nicht die Norm. Jetzt bin ich wieder aus dem Spiel rausgeklickt. Dankeschön, auch dir, Vika. Vielen, vielen lieben Dank. Völlige Eskalation, ja. Es ist schon wieder lächerlich. Weil wir hatten gestern Abend doch genug. Und das, der am frühen Morgen ist. Du sagst es. Du sagst es. Ich habe gestern Abend aufgehört und es geht schon wieder direkt weiter. Ich bin auch nicht mehr wach. Freude Management, Verband der Tiere, der Felder. Kann ich denn aber meine Spitzhacke benutzen? Mensch. Ach, meine Spitzhacke. Na doch, meine Hacke. Hat der Rülpser im Stream funktioniert? Ich habe es gehört und meine Face kam auch im Stream vorbeigeflogen. Ja. Das Handwerksmenü öffnet sich über die erste Crew. Oh, ja, ja. Muss ich das irgendwie spezieller craften oder so? Ach, warte mal. Vielleicht muss ich das auch mit dem Zaun? Wir haben da irgendwo... Ist das auch irgendwo? Nee, das war ich bei uns. Ja. Vielleicht zu uneben. Aber hier ist doch... Alles okay. Pass mal, wir machen das mal. Feld und Getreide, da fallen ja auch die Mucke. Weißt du, die Mucke kommt, die Mucke geht. Sie kommt einfach, wann sie will und wann nicht. Felder können mit einer Maximalgröße von 16 mal 16 hergestellt werden. Ach ja, das haben wir ja schon. Ach so, und jetzt kann ich wahrscheinlich... Los, Hammond hier, oder? Lol, das geht dann weg. Abbrechen. Äh, abbrechen. Super, so, jetzt muss ich mal gucken, wie ich Stünger herbekomme und dann geht's ab. Woher ich die Samen bekomme? Überleben, LP, Ausdauer, Lebensmittel, Auszeit, Bup, Bup, Mackel, Fähigkeit. Kapitel, Quest, Karte, Verwaltung der Leute, Gebäudemanagement, Verwaltung der Tiere. Wähle das richtige Saatgut aus. Entscheide, wann es Zeit ist. Das brauche ich ja nicht. No, Loki. Kaufe. Jagd, Diplomatie, Crafting. Hier, Frau Erbel, Dänistie, Steuern, Diebstahl. Okay, gut, dann werden wir einfach mal in das Dorf schlappen. Ich habe aber gar kein Geld. 20. Obwohl, es ist Herbst. Ich glaube nicht. Beutelmodus. Ich glaube aber nicht, dass im Herbst noch hier Pflanzen wachsen. Oder? Probieren es einfach mal. Klappen wir einfach mal jetzt hier rein. Ich zeig mir deine wahre Girl. Zwiebelsamen. Wir kaufen einmal Zwiebelsamen und einmal Karottensamen. Oh, nicht genug Münzen. Okay. Ja, ciao. Aber warte mal, dann kann ich gleich mal mit unserem Girlie flirpen. Warte, 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 warte. Mal kurz mal gucken, wo unser Girlie ist. Den wir dann... Bum, bum, bum. Gut, gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo unsere Troller ist. Die ist meistens, aber wenn sie auf dem Feld ist, ist sie meistens auch nie da hier. Na, so warte mal, wir müssen wahrscheinlich die Samen. Zwiebeln, wollen wir mal die Zwiebeln erinnern? Einfach mal gucken, ob es funktioniert. So, warte mal, wir haben noch Goni. Nee, das ist fertig. Jetzt bauen wir die Tasche. Tasche Dünger benötigt. Ach, Dünger benötigt. Leila, wird das ja gar nichts hier. Na gut. Tag. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Und dann muss ich jetzt mal gucken, ob ich mir ein hübsches kleines Dörfchen sehr harmonisch da am Wasser halte ich in Blackstone, ja Ich finde es auch bis jetzt ganz harmonisch, aber irgendwie, ich komme nicht so ganz klar Dieses Spiel macht mich wirre Jetzt muss ich gucken, ob ich Dinger herkriege Stahlgebäude Ach, scheiße laut Sehr, sehr laut, ich glaube der Unigast verkauft den Okay, dankeschön für den Tipp, da gehe ich gleich mal hin Ich habe eh nicht vier Münzen, ich habe eh bloß fünf Münzen Moin, moin Domi Domi, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust da am frühen Morgen Trinkschlauch zumindest Wachsam, nee, leider nie Leider nicht, aber ich kann ein bisschen Stroh verkaufen Fünfzig Können wir können O verkaufen O50 Chica, warum liegt hier Stroh? Ja, das Muss ich noch herausfinden Aber hier trägt nämlich keiner eine Maske in diesem Game Eier Warum liegt hier Stroh, Domi? Wer war das dann nochmal schon lange nicht mehr gespielt? Alles gut Ich weiß sowieso nicht Ich habe ja aktuell Herbst Und ich weiß sowieso nicht, ob Aktuell überhaupt einer Ob das überhaupt was wird Das kann natürlich ja auch sein Ich weiß nicht, ich kaufe es für 11 und der will 60 dafür Bei dem Samen steht immer dabei, wenn die gesät werden sollen Oh, aber du hast ein zweites Gesicht, Till Das ist nicht erst mal das Geboom Ja, Tiger Kann bei der Karottenernte gewonnen oder gekauft werden? Kann im Frühling gesät oder im Herbst geerntet? Achso Oder im Winter gesät? Okay, also muss ich bis Winter wenigstens warten? Also warten Und die Zwiebelsamen bei der Zwiebelhande kann im Frühling gesät? Okay, also alles im Frühling Die beiden im Frühling Okay Gut Das ist ja nicht so schlimm Wir können ja mal über jeden Fragen gehen Der so ein bisschen verkauft Verkauf es auch Zeig mir mal deine Ware Dünger Guck mal, der Boy Verkauft Dünger Verkaufen wir gleich mal was? Ich Wir machen mal 30 Okay Tschüss Och Mann ey Ist so lächerlich Oh Capsi ey, weißt du was? Ey, wenn ich könnte Wenn ich könnte, Capsi Das kam unerwartet Ja hier kommt immer alles unerwartet Dumm Mich ruft es dann hier vom Stuhl Mann ey Mein Herz Muss los Hab Arbeit Viel Spaß Na ja Dankeschön Capsi Und viel Spaß hier bei der Arbeit Wenn ich den kleinen Tipp geben darf Und es noch nicht geändert wurde Du kannst etwas Geld machen Wenn du dieses Schlachtermesser in Massen herstellst Und verkaufst Wacklaube nur Stücke Und Oh Dankeschön für den Tipp Für den Tipp Das könnte ich natürlich mal probieren Gute Schicht Und Domi, wie geht's dir? Hast du Spätschicht Oder Ähm Ja Es ist ziemlich warm Das gefällt mir Tschüss Ach halt Stöcke und Steine Die Steine waren immer so schwer zu finden Das stimmt Aber es ging tatsächlich Okay gut Dann Dann gucken wir mal Ob wir ein paar Steine her Ach Steine Ein paar Messer herstellen können Nie dann verkauf Immer noch müde Und wenn ich Frühstück hätte Wäre ich nicht hier Kann ja sein Wenn du sogar Frühstückspause hast Und kurz reinschoss Kein Bock mehr Ich hab keinen Bock mehr Warte Stell das aus Das ist doch scheiße Moin Für schnelles, gutes Geld Einfach Bären sammeln Und verkaufen Wiegen kaum etwas Und bringen eine Winze pro Stück Die Grünen gehen auch Ui Mr. Dipsner Vielen lieben Dank für deinen Tipp Und guten Morgen Dankeschön Für den Tipp Da müsste ich mal Auf Bärensuche gehen Dankeschön Anonymous Ich hoffe du gehst jetzt Warte mal Warte mal Was wollte ich jetzt machen Ich wollte jetzt Warte mal Lass mich mal kurz überlegen Wie kann das im Sommer gepflückt werden Guck mal Können wir essen Macht halt nicht vier Im Frühling stehen die auch Aber sind noch nicht reif Aktuell habe ich Herbst D4DDELZW3RG Watschelt mit uns Dankeschön für deinen Follow Dattelzwerg Vielen lieben Dank Herzlich willkommen bei uns Schön dass dir bei uns gefällt Vielen vielen lieben Dank Okay gut dann versuche ich das Einfach erstmal Okay Im Herbst sind sie weg Aber das macht ja nichts Ich kann ja jetzt erstmal probieren Ähm die Steinhäutungsmesser Zu craften Guten Morgen Ist gar nicht so einfach Für das Game einen Stream zu finden Das stimmt Stream wirklich nicht viele Wir stellen erstmal zwei her Aber ähm ich sag vorab Dattelzwerg Ich bin noch neu Ich hab gestern erst angefangen In diesem Spiel Und ich begreife hier alles Noch nicht so richtig Kann mir einer sagen Wie ich die Schaufel hier bekomme Kriegt das irgendwie nicht richtig hin Ich hab die mir jetzt Für 50 Gold Hab ich mir die irgendwie gekauft Oder so Also den Plan gekauft Ach und wahrscheinlich Muss ich eine Werkbank bauen Wird schon noch Ist noch early access Die meisten die es gibt Die reden nicht Und haben Musik zu laufen Hab Musik zu laufen Hab auch erst 8 Stunden Ne das finde ich dann irgendwie Weiß nicht Kann ich auch Ja gut okay Manche gucken sich das auch gerne an Es gibt ja auch YouTuber Die filmen sich einfach nur beim Zocken Dann bist du hier genau richtig Wenn du die Jumpscare Wer so von dem Spiel magst Ja ne Das Mr. Dipser folgt uns Dankeschön Mr. Dipser Auch dir für deinen Follow Dankeschön Danke danke Dankeschön Vielen lieben Dank Und herzlich willkommen Bei den Pinguinen Bei Fragen einfach fragen Wir helfen dir gern Das war's für ein paar Mal Das war's für ein paar Mal Ich bin mir